Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt die Community-Beiträge durchgelesen und wenn ihr das getan habt, dann habt ihr bestimmt gesehen, dass ich dieses Jahr wieder einen Adventskalender machen möchte auf deutscher Sprache und das ist natürlich wahr und deswegen herzlich willkommen zur offiziellen Ankündigung. Bevor ich allerdings etwas dazu sage, möchte ich alle da draußen daran erinnern, dass sie meinen Kanal abonnieren sollen, also bitte abonniert meinen Kanal, drückt auf den Abonnier-Button, drückt auf die Glocke, damit ihr kein Video in der Zukunft mehr verpasst. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Ja, also vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember gibt es einen Adventskalender wieder und ich freue mich schon so dermaßen drauf, diesen zu machen. Seid gespannt, was auf euch zukommt. Auf jeden Fall kann ich mal so viel sagen, es werden wieder weihnachtliche Lieder kommen, es werden wahrscheinlich Workshops kommen und andere Dinge. Also freut euch auf den Adventskalender 2023 auf deutscher Sprache und ja, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank fürs Anschauen und wer diesen Kanal noch nicht abonniert hat, möchte das bitte tun. Wer sich den Kanal noch nicht angeschaut hat, der möchte das bitte tun und somit sehen wir uns dann am 1. Dezember zum offiziellen Beginn des Adventskalenders. Ciao, ciao.